So, weiter geht's. Könnte ein Heli sein. Alter. Personen und Rater. Okay. Bisschen laut, bisschen laut. Was der Mann sagt, auch das Poise. Kann ich machen? Ach, die will ich nicht. Keine Knarre hier. Hier wird auch einer, ja. Ja, willst du denn, Alter? Noch mehr Hochschule von Westen. So. Ich bin mal gar nicht hier, ey. Was bin ich denn so zittrig? Bisschen gut, ne? Was hab ich denn noch hier? Dann geh ich mal runter. Ja. Einfach mal reinpiksen, ne? Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, holographisch ist ja mal gut. Wo ist er hingegangen? Ach, hier. Ja, sicher, wo die Action ist, ne? Was auch sonst. Da, 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 da. Mein Gott, mach Platz hier. Boah, schreck mich nicht so. Wo denn? Ach, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Mach. Ach. Uff. Nicht wirklich, ne? So. Wer möchte nicht? Ja, wo willst du denn hin? Ah, Granate. Ah, Granate. Blummel. Kann man denn so heißen? Was macht der denn da? Ich komme ja nur durch. Ach. Ach, komm schon. Immer diese Scheiße mit nachladen. Stipp doch mal da hinten, alte Drecksluder. Na, die habe ich doch gesehen. Dum, 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 dum. Ach. Bei so Ballerspielen ist man nicht immer so gesprächig, wie ich merke. Aber man muss sich auch irgendwie auf die ganze andere Scheiße hier konzentrieren. Wow. Ja. Ach, erschreck mich nicht. Nein. Dum, 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 dum. Habt dich noch gesehen. Was willst du hier? Ha. Wo denn? Die Drohne kommt zurück. Das ist nicht schlimm. Die Waffen sind im Gebäude direkt geradeaus. Was haben wir denn hier? Ja. Na toll. Ja, Mensch. Schätz mich nicht. Warte dummer. Warte dummer. Warte, dummer. Aber nie nachgeladen. Mhm. Ja, das kenne ich doch. Das wird klar auch geil. Da, 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 da. Lass den Papa mal hier ran. Boah, Alter, was ein Gedönse hier. Na, 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 na. Oh, oh. Drücke F. Okay. Ich kann kein Russisch. Die Minigun durchschlägt sogar Wendel. Arreck, du Scheiß-Heli. Boah, Alter. Was ein geile Ding. Wir müssen nicht ein Abwerfer. Ach, das sind meine. Witzel von mir. Mach den Weg frei. Hier ist doch irgendwann. Wo unten hier los. So, jetzt rollen wir mal auf hier, ne? Mein Gott. Ich seh nix. Ist ja alles so. Mohoho. Fucking Transport-Helis. Wo fliegt er hin? Wo muss ich denn hin? Och, nicht schon wieder hier. Ach, ist das herrlich, das Ding, ey. So ein Ding hätte ich früher auf dem Spürplatz gebraucht. Ganz ehrlich, ey. Schick, du Scheiß-Heli. Ja, fuck, Bazooka-Schützen. Mein Gott, warum treffe ich die nicht? Wofür kommen denn hier noch? Ist ja irgendwo noch ein Heli, ne? Da, 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 da. Ach, der gehört zu mir. Wir sind beim Heli. Wir laden uns hoch jetzt ein. Der ist die Kornhau. Oh, der Mann, wo? Oh, fuck off. Na, das gibt jetzt richtige Action. Da ist das Scheiß-Ding, ey. Warum komm ich hier nie durch? Oh, ich dachte schon wieder so ein Missions-Bug. Boah, ist das Ding am Pölen. No. Oh, shit happens. Oh, fucking off. Oh ja, ich kann rutschen. Hast du reine Sache. Oh, no, no, no. Nicht auf den Stein. Ah, erst mal saufen. Was auch sonst? Ich ersaufe. Sie wird rücken, der noch. Oh, lecker, Wani. Ha, schnauze voll. Fürs Erste. Mhm. Ja, ich bin das. Glaube ich. Na, ist der schon Ende? Gut, sag ich mal, bis zum nächsten Part. Gut. Vielen Dank.